Elze ist eine Stadt mit 8868 Einwohnern im Westen des Landkreises Hildesheim, die im Bereich der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen in Südniedersachsen liegt. Elze ist Mitglied der Region Leineberg-Land, einem nach dem Liederansatz gegründeten freiwilligen Zusammenschluss mehrerer Städte und Gemeinden im südlichen Niedersachsen. Die Stadt liegt an der Saale einem Nebenfluss der Leine. Die Altstadt wird durch Fachwerkhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert geprägt. Geografie Die Stadt liegt westlich von Hildesheim am Nordrand des niedersächsischen Berglandes mit Blick auf die norddeutsche Tiefebene, auf das Schloss Marienburg, die Poppenburg und die Klosterkirche Wittenburg. Die Stadt teilt sich auf in folgende Stadtteile. Elze 5.715 Einwohner, Esbeck 429 Einwohner, Mehle 1089 Einwohner, Seelde 472 Einwohner, Solsum 249 Einwohner, Wittenburg 105 Einwohner, Wülfingen 804 Einwohner. Geschichte Bereits vor dem Jahr 800 siedelten in Elze Menschen. Zur Zeit Karls des Großen wurde der Ort Aula Cäsaris Kurzolike genannt, woraus sich die Namen Aulze und Elze entwickelten. Elze war seit etwa 800 der Sitz eines von Karl dem Großen gegründeten Bistums für Ostfalen unter dem Patrozinium der Apostel Petrus und Paulus, die noch heute im Namen der evangelischen Kirche und im Ortswappen erscheinen. Auch die katholische Kirche von 1936-1953 still erinnert an diese Tradition. Zur Verwaltung dieses bischöflichen Sitzes berief Karl der Große, der dort mehrfach Herrlager nahm, den geistlichen Gunther aus Reims. Ludwig der Fromme verlegte den Bischofssitz 815 nach Hildesheim und stellte ihn unter den Schutz der Gottesmutter Maria. Am Abend des 18. November 1824 wurden drei Viertel der Stadt bei einem Brand zerstört und danach wieder aufgebaut. Am 1. März 1974 wurden im Zuge einer Gemeindegebietsreform die umliegenden Dörfer Esbeck, Mele, Seelde, Sosum, Wittenburg und Wülfingen eingemeindet. Alte Bezeichnungen des Ortes sind 826 zu 876 Aluchi 1068 Aliska um 1135 Olike 1151 Alitsche 1160 Elitze und 1204 Elze. Für den Ortsnamen stehen zwei Überlieferungsstränge nebeneinander, Olike Aulika und Alitsche Elitze 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 Elitze. Bei Olike Aulika liegt offensichtlich eine Latinisierung von Aula für Rehalle Fürstenhalle vor. Beim zweiten Überlieferungsstrang ist wahrscheinlich das germanische Wort Ulen für Rehfall feucht mutrig die Grundlage. Politik Der Rat der Stadt Elitze besteht aus 22 Ratsfrauen und Ratsherren. Dies ist die festgelegte Anzahl für eine Gemeinde mit einer Einwohnerzahl zwischen 8001 und 9000 Einwohnern. Die 22 Ratsmitglieder werden durch eine Kommunalwahl für jeweils fünf Jahre gewählt. Die aktuelle Amtszeit begann am 1. November 2011 und endet am 31. Oktober 2016. Stimmberechtigt im Rat der Stadt ist außerdem der hauptamtliche Bürgermeister Rolf Pfeiffer. Die letzte Kommunalwahl am 11. September 2011 ergab das folgende Ergebnis. SPD 10 Sitze Unabhängige Wählergruppe Elitze 6 Sitze CDU 5 Sitze Grüne 1 Sitz Hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Elitze ist Rolf Pfeiffer. Bei der letzten Bürgermeisterwahl am 6. Juni 2010 wurde er mit 52,1% der Stimmen gewählt. Sein Gegenkandidat Ulrich Bantelmann von der unabhängigen Wählergemeinschaft Elitze erhielt 47,9%. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,2%. Pfeiffer trat sein Amt am 1. November 2010 an und löste den bisherigen Amtsinhaber Friedel Albes ab, der nicht mehr kandidiert hatte. Blasonierung Jahrhunderts als Elitze Stadt geworden ist, werden beide im Schild einander gegenüber sitzend dargestellt, während im 19. Jahrhundert die Heiligen von den Stadtfarben Silber und Blau im Schild getrennt werden. 1939 wurde das schwarze Schild mit den Stufen Schrägbalken, welches das Wappen der Herren von Elitze war, in das Ortswappen eingefügt. In der heutigen Form existiert es durch die Genehmigung des Minister des Inneren seit 1956. Elitze ist seit 1971 Partnerstadt der in der Normandie gelegenen französischen Kleinstadt Icautche, Kultur und Sehenswürdigkeiten. In Elitze gibt es ein Heimatmuseum, einen Stadtpark, ein Freibad und mehrere Sporteinrichtungen. Insgesamt existieren in Elitze 45 Vereine und Verbände. Sehenswert ist Hu. A. Der Bahnhof Elitze, der 1853 bis 1854 von dem Architekten Konrad Wilhelm Hase in Backstein und Rundbogenstil gebaut wurde. In Elitze befinden sich die evangelisch-lutherische Peter- und Paulkirche an der Hauptstraße. Die katholische Kirche seingt Petrus zu den Ketten an der Schmiedetorstraße und eine neuapostolische Kirche am Draustweg. Hauptartikel Das Naturschutzgebiet Leinaue unter dem Rammelsberg liegt zwischen Gronau und Elitze und stellt einen Ausschnitt des Mittellaufs der Leine mit ihrer Aue und Teilen der Hänge des Uth-Berges und des großen Rammels-Berges im Osten unter Schutz. Die periodisch überflutete Niederung wird geprägt vom meandrierenden Flusslauf mit Altamen und Flutmulden. Die Leine wird vielfach von Auwaldresten begleitet. Daneben sind Feuchtwiesen und staudenreiche Brachflächen zu finden. Die in das Naturschutzgebiet einbezogenen Hänge sind durch Wälder und Gebüsche sowie Reste von Magerrasen und Streuobstwiesen geprägt. Regelmäßige Veranstaltungen jeden 1. Mai stellt der Ortsverein Elze des Technisches Hilfswerks den Elzer Maibaum auf. Jedes 2. Jahr wird am Elzer Schulzentrum für ein Wochenende die Elzer Messe eröffnet. Jeden Dezember finden im Schulzentrum Elze die Elzer Fußballschulmeisterschaften statt, wobei fünf Schulen teilnehmen und in mehreren Wettkampfklassen die Schulmeisterschaft ausspielen. Jährlich findet von April bis September der Wittenburger Sommer statt. Jährlich am letzten Samstag vor Rosenmontag findet der Puschenball die traditionelle Faschingsfeier des MTV Elze statt. Wirtschaft und Infrastruktur Wirtschaft an der Bahnlinie im Osten der Stadt haben sich einige Industriebetriebe niedergelassen. Insbesondere die Waggonbaugraf GmbH und die Pleißner GmbH. Es gibt in Elze einschließlich der umliegenden Dörfer fünf Kindertagesstätten und eine Kinderkrippe. Als besonderen Service hat die Stadt Elze vor einigen Jahren einen Busdienst eingerichtet. Damit kann gewährleistet werden, dass die Sorgeberechtigten entlastet werden und nicht zwingend die nächstgelegene Kindertagesstätte gewählt werden muss. Es gibt in Elze einschließlich der umliegenden Dörfer fünf Schulen. An der Bahnlinie jedoch nordöstlich der Stadt gelegen befindet sich die Christophore Schule Jugenddorf Elze. Das staatlich anerkannte Gymnasium gehört zu dem der evangelischen Kirche nahestehenden christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands und beherbergt. Neben dem Schulbetrieb mit Internat und Sporteinrichtungen eine Musikschule, einen Kindergarten und einen Reiterhof. Zuletzt wurde das Elzer Sport- und Gesundheitszentrum des CJD Elze gebaut und fertiggestellt. Die neue Sporthalle ist das Prachtstück der Einrichtung. Die Krüger-Adorno-Schule ist eine Haupt- und Realschule, die aus der Gauss-Krüger-Realschule und der T.W. Adorno-Schule, Hauptschule mit Orientierungsstufe, hervorgegangen ist. Die Stadt ist Verkehrsknotenpunkt auf den Eisenbahnstrecken Hannover, Göttingen und Hameln-Hildesheim. Die Verbindung der Ortsteile untereinander und mit Nachbarorten übernehmen mehrere Überland- und zwei Stadtbuslinien der Regionalverkehr Hildesheim, GmbH. In Elze kreuzen sich die B3 und die B1. Der Bahnhof Elze wurde 2014 von der Deutschen Bahn in die Kategorie 4 eingestuft. Es bestehen umsteigefreie Verbindungen Richtung Hannover, Göttingen, Hildesheim, Bodenburg und in Richtung Bünde, Lünne, Hameln. Der Bahnhof Elze wird mit Ausnahme nächtlicher Stunden im Stundentakt von Zügen der Metronomeisenbahngesellschaft und der Nordwestbahn bedient. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Elze am 6. Juli 1601 wurde im Ortsteil Esbeck der lutherische Theologe Justus Gesenius geboren. 1857 wurde in Elze der Geodät Johann Heinrich-Luis-Krüger geboren. Ferdinand Walbrecht Architekt und Politiker. Philipp Furtwängler Orgelbauer in Elze tätig und verstorben. Philipp Furtwängler Mathematiker. Günther Halm, Träger des Ritterkreuzes und des Bundesverdienstkreuzes. Persönlichkeiten, die mit der Stadt Elze in Verbindung stehen. Hendrik Kahne, Heinz W. Kröckeberg Schauspieler. Wladislav Kosakiewicz Leichtathlet und Sportlehrer. Untertitelung des ZDF, 2020 ... Vielen Dank.